Nein, es ist so, ich habe jetzt eine Künstlerin anzusagen, die auch diesen Abend verschönen wird. Sie kennen sie alle vom Schallfunk und von der Rundplatte her. Es handelt sich hierbei um eine Künstlerin, die man gar nicht in Prosa ansagen kann, sondern nur in Poesie. Ich werde also ganz schnell mal reimen und das wäre so. Sie geht durch manchen Männertraum. Selbst ich, verwöhnt und satt, stand da wie ein Junge vor dem Weihnachtsbaum, als ich sie sah. Dalia Lavi. Willst du mit mir gehen, wenn mein Weg ins Dunkel führt? Willst du mit mir gehen, wenn mein Tag schon Nachtwien spürt? Wenn ich dich mehr Vagabond sein will, baust du mein Haus und wirst du mit mir vom Leben aus. Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen, dich mit den Windhosen drehen? Willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen, wenn ich nicht mehr... Bin wie einst, willst du mit mir gehen, auch wenn du gestern weinst? Wenn jedes Schweigen uns verrät, was reden wir, tröstet mich auch dann ein Wort von dir. Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen, dich mit den Windhosen drehen? Willst du mit mir gehen, willst du mit den Windhosen drehen? Willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, wenn die Angst bei mir verweilt? Willst du mit mir gehen, wenn die Zeit mich nicht mehr heilt? Wenn der Ruf der Welt vor mir verstummt, fragst du nach mir, konntest du auch dann um meine Tür? Willst du mit mir gehen, willst du mit den Windhosen drehen? Willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen, dich mit den Windhosen drehen? Es ist mit mir gern, es ist mit mir gern, es ist mit mir gern.